Alle Tapeten von Architects Paper erfüllen hohe Umweltstandards. Sie sind frei von Glasfasern, Lösungsmitteln, Formaldehyd und Schwermetallen. Die besonders umweltfreundliche Eco-Fleece-Tapete geht noch einen Schritt weiter. Sie kommt komplett ohne PVC und Weichmacher aus. Und das ohne Abstriche an Material und Verarbeitungsqualität. Pigment Eco ist nur für lösemittelfreie und Weichmacher beständige deckende Beschichtungen geeignet. Verwenden Sie dünnfilmige Farben mit einer langen Offenzeit. Eine Farbempfehlung erhalten Sie von Ihrem Groß- und Fachhändler. Vor der Schlussbeschichtung empfehlen wir eine Probefläche anzulegen. Gute Anstrichergebnisse werden mit einer Lammfellwalze von 14 bis 16 Millimetern erzielt. Beschneidebereiche, welche mit einem Pinsel vorgestrichen werden, sind mit einer kurzflorigen Farbwalze zu überarbeiten. Arbeiten Sie in den Beschneidebereichen nur nass in nass. Unsere Empfehlung? Beschichten Sie zu zweit, um Farbansätze und Antrocknungen zu vermeiden. Alle Informationen zur Verarbeitung finden Sie im technischen Merkblatt direkt über den QR-Code oder auf dem Tapeteneinleger und in der Kollektion oder unter www.architekts-paper.com.